Herzlich Willkommen zum heutigen Video und in diesem Video zeige ich dir wie du mit Amazon Geld verdienen kannst. Geld verdienen mit Amazon das hat manch einer schon gehört. Viele fragen sich funktioniert das tatsächlich und ich möchte dir jetzt in diesem Video zeigen was dahinter steckt wie es funktioniert und vor allem wie du das dann auch selber umsetzen kannst. Ich beweise dir auch dass ich damit schon Geld verdient habe. Also legen wir jetzt mal ganz einfach los ich erkläre dir das jetzt Schritt für Schritt. Jeder kennt ja hier diese gewöhnliche oder die ganz normale Amazon Seite auf der bin ich jetzt. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier einen Artikel suche ich nehme jetzt einen aus meinem Bereich ich bin Langstreckenläufer ich nehme jetzt zum Beispiel den Laufschuh Asics Gel Cayano das ist der Schuh den ich schon seit langem laufe immer das gleiche Modell dann bekomme ich hier wie man das ja gewohnt ist die Vorschläge und hier das ist bereits das neueste Modell der Asics Gel Cayano Nummer 21. Wenn ich jetzt hier mich für diesen Schuh interessiere klicke ich auf diesen Link da bekomme ich eine bessere Detailansicht und dann kann ich den hier in den Einkaufswagen legen und letztendlich auch kaufen. Soweit kennt das jeder. Was die meisten aber nicht wissen es gibt eine Amazon Seite für Leute die Amazon Produkte bewerben möchten im Internet und auch verkaufen möchten. Diese Seite zeige ich dir jetzt ebenfalls die heißt wenn du jetzt auf Google gehst also Google.de oder Google.at und wenn du dann hier Amazon Partnernet eingibst in der Suchleiste dann ist gleich das erste Ergebnis dieses hier Amazon.de Partnerprogramm Geld verdienen mit Links und die Internetadresse ist dann www.partnernet.amazon.de Wenn du hier draufklickst dann kannst du ganz gewöhnlich hier mit diesem Button wo jetzt kostenlos anmelden steht dir hier ein kostenloses Konto erstellen. Du folgst einfach den Schritten das ist ganz einfach diese Registrierung und dann sieht man hier du kannst dir bis zu 10% Provision für Werbeklicks auf Amazon Produkte verdienen und auch ja du kannst da auch Provisionen erhalten ich zeige dir dann wie das aussieht. Also hier kannst du dich anmelden und registrieren und dann sieht das ganze so aus ich wechsle jetzt wieder hier auf diesen Browser denn ich bin ja hier schon eingeloggt in meinem Partnernet also merke dir hier diesen Laufschuh den wir uns jetzt zuerst angesehen haben. So sieht jetzt das Amazon Partnernet von innen aus und du hast hier genauso eine Suchleiste wie auf der normalen Amazon Seite. Das heißt ich gebe jetzt hier in dieser Suchleiste wieder ein ASICS Gael Cayano dann klicke ich hier drüben auf Los. Jetzt wird der selbe Laufschuh hier im Partnernet gesucht und hier ist auch wieder das erste Ergebnis bereits dieser Laufschuh den wir uns zuerst angesehen haben. Jetzt gibt es hier einen Unterschied da ich jetzt hier in meinem eigenen Amazon Partnerkonto eingeloggt bin habe ich die Möglichkeit einen Produktlink genau für diesen Schuh zu erstellen wo Amazon dann nachher nachvollziehen kann dass ein Verkauf durch meinen Link stattgefunden hat. Ich zeige dir jetzt gleich wie das funktioniert. Hier drüben habe ich jetzt die Möglichkeit im Gegensatz zur normalen Amazon Seite mir einen Link zu erstellen und wenn ich hier auf diesen Button klicke dann erstellt mir jetzt bereits Amazon meinen persönlichen Link für diesen Laufschuh. Der ist jetzt hier furchtbar lang ich kann hier noch auf URL kürzen klicken dann wird der Link kleiner so und hier in diesem kleinen Link in diesem Kurzlink ist im Hintergrund meine ID hinterlegt und wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Link ich sage jetzt mal einfach auf Facebook teile und einer meiner Freunde der auch Läufe ist kauft sich diesen Schuh über diesen Link dann kennt das Amazon und mir wird auf dieses Konto hier eine kleine Provision gutgeschrieben. Ich kopiere mir jetzt mal diesen Link ich zeige dir das wir hier wenn ich jetzt hier einen neuen Tab öffne und diesen Link eingebe dann komme ich genau auf diesen Laufschuh wo wir zuerst gewesen sind. Das ist völlig die gleiche Seite absolut gleich nur im Hintergrund ihr kennt jetzt Amazon ich klicke jetzt hier in die Internetzeile da siehst du jetzt hier ganz unten benjaminat-21 steht jetzt hier das ist meine ID die jetzt in diesem Link hinterlegt ist und wie gesagt wenn jetzt jemand über diesen Link kauft dann erkennt Amazon dass dieser Verkauf über mich stattgefunden hat. Das kann man hier mit jedem Produkt auf Amazon machen das kann man sich hier im Amazon Partner.net dann suchen und bewerben. Ich zeige dir jetzt auch noch eine der Provisionen die ich mal kürzlich ausgezahlt bekommen habe ich jetzt hier in mein E-Mail Postfach man kann einstellen dass man hier Gutscheine bekommt die man dann bei Amazon wieder einlösen kann oder man kann sich das ganze auch bar auszahlen lassen. Ich habe das so eingestellt dass ich mir das ab 25 Euro auszahlen lasse ich nehme jetzt hier einfach mal so eine Auszahlung die ich dann bei E-Mail bekommen habe also die Benachrichtigung bei E-Mail klicke ich jetzt mal drauf hier war der Gesamtbetrag 26,30 Euro habe ich auf mein eigenes Konto auf mein Girokonto überwiesen bekommen und kann damit einkaufen. Dieses Geld muss man natürlich genauso versteuern wie jede andere Einkunft auch also ich gebe hier keine Rechtsbelehrung aber erkundige dich da bitte bei deinem Finanzamt oder bei deinem Steuerberater also das ist hier nichts was man einfach einsacken kann so viel sei gesagt. Das waren hier neun Artikel die ich verkauft habe ich habe hier einfach Audios beworben da gibt es auch diese Amazon Seite die jetzt die heißt Audible da kann man Hörbüche kaufen und diese Hörbüche habe ich beworben und neun davon verkauft da kriegt man natürlich nur Mini Provisionen weil so ein Hörbuch kostet nur ich glaube 12 Euro eines und ja aber daraus ist diese Provision entstanden ist glaube ich gar nicht schlecht. Ja so funktioniert das Geld verdienen mit Amazon und ja ich nutze Amazon nicht sehr oft weil es eben wirklich nur Mini Provisionen sind die man gegenüber dem Produktpreis ausbezahlt bekommt. Wie man jetzt mit Amazon Geld verdienen kann wie man diese Links am besten bewirbt dafür habe ich für dich einen kostenlosen Video Kurs erstellt. Dieser Video Kurs der heißt 2 Internet Geld Strategien da wird unter anderem erklärt wie man solche Amazon Links im Internet bewirbt und auch Geld damit verdient das funktioniert klasse aber darüber hinaus gibt es noch viel viel bessere Möglichkeiten um Geld zu verdienen im Internet denn es gibt Portale da bekommt man vom Kaufpreis bis zu 70% Provisionen. Das heißt wenn ich ein Produkt habe mit 100 Euro würde ich hier 70 Euro Provisionen bekommen ich meine jetzt natürlich nicht einen Laufschuh da sind spezielle Portale die ich dir in diesem Kurs vorstelle und da kann man richtig Geld verdienen das ist der absolute Hammer wie man das dann kostenlos bewerben kann und wie das auch funktioniert zeige ich dir eben in diesem Kurs. Dieser Kurs ist für dich kostenlos weil du hier mein Zuseher auf meinem Youtube Kanal bist. Alles was du tun musst ist klicke auf den Link unter diesem Video und fordere dir diesen Video Kurs kostenlos an. Dann kannst du dir in einer Minute bereits den gesamten Kurs ansehen wo ich dir genau zeige wie ich hier im Internet Geld verdiene. Ja das war es zu diesem Video ich schlage dir vor mach das jetzt. Falls dir gefallen hat würde ich mich über ein Gefällt mir freuen und abonniere vor allem meinen Kanal für weitere Updates. Gut jetzt Kurs anfordern und wir sehen uns im nächsten Video machts gut.